und los geht's und herzliches willkommen zu einem neuen let's play rocket league wir spielen wieder online 2 gegen 2 und jetzt boah die kugel haben wir sehr gut schön mit jetzt bringen wenn nicht schlecht das kann er schaffen ah schade das sind andere gegner die sind echt stark als sie von der letzten folge oder nein 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 ich will mein turbo auf jeden fall noch sparen jetzt bringe ich auch noch eine gefahr rein wir haben weggeschlagen nein wir müssen die kugel zu noch nach vorne bringen vor posten nein das war ich denn ah man das war jetzt meine chance geradeaus zu schießen und rein zu machen was habe ich gemacht ja irgendwie bisschen schief aber es kann immer mal wieder passieren und er macht den rein nein schade beinahe gemacht sonst mache ich so einen perfekten schuss nein was ist jetzt los bei mir ich treffe die zwei kugeln nicht also ich hatte schon zwei sehr sehr gute chancen hauen weg nicht zu uns wer kommt der kommt sehr gut können wir den start versuchen um 1 zu 0 zu führen schauen wir es nein schade die kugel ist noch da wir sind beide verflogen er trifft ah man mit dem auto ist es irgendwie nicht so leicht nein jetzt habe ich kein turbo mehr wieso jetzt habe ich kein turbo wieso denn ich suche mir jetzt ein turbo was die kugel ist wieder so weit vorne die pille muss auf jeden fall weg von unserer schmerzgrenze nein es kann es nicht sein nein 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 wo war knapp das war knapp und der haut direkt man es bleibt spannend oder versuch zu fliegen man sollte ich jetzt wissen dass der den ball jetzt stoppt wenn weg damit mal immer die hinter der wenn weg damit dass der gelegenheit jetzt um zur führerin was was hatten wir abends getrunken zielwasser fehlt nein das war mein fehler ich wollte nicht so fest sind sie bei der bayern ganz woanders gelandet nein der kohle 3 der kohle rein sehr gut da habe ich wieder geschlafen anscheinend hinten hinten miss bämm raushauen zeit gibt es im go und go wenn es 0-0 noch steht wäre auf jeden Fall spannend auf jeden Fall möchte ich ein tor schießen unbedingt da ist immer wieder besser wenn man ein tor schießt so hau mal weg sehr gut sehr gut drin yeah vorlage schauen wir mal die wiederholung an superplatz hier dann ist eine hilfe doch von gegner sehr sehr gut meine stimme ist ein bisschen noch immer noch ein bisschen ja angeschlagen das werde ich glaube oft noch erzählen aber ich sag's lieber das ist wichtiger er 2 0 jetzt pfeffern wir die bälle richtig rein und ein tipps so lang ist meine stimme noch nicht ganz so gut geht werde ich auch raus passieren wenn zwei stimme wieder besser geht geht es weiter mit outlast natürlich ich warte schon gespannt drauf müssen wir wieder erschreckt aber so lange geht es halt andere sachen auch kürze sami was für rocket league kommt einer hin da kommt keiner hin sehr gut ja ich habe ein tor geschossen das lassen wir natürlich auch mein tor zählen wir haben es ein bisschen verkackt aber er hat es noch ein gemacht dafür sei nur dankeschön und wir führen 3 zu 0 und los geht's bam leicht bin ich hingekommen ich habe kein turbo mehr nein der haut ihn rein oh ist super weg ja der fliegt hoch und kommt jemand ran und los weg ja rettung wir wollen ja glanzparade wir wollen natürlich null halten kein gegentor das ist natürlich besser und ich habe eine glanzparade gleich gemacht sehr gut was genau nicht immer oh nein sehr gut der gefällt mir unser team der reagiert auch richtig gut weil der weiß ist vorne jetzt muss ich noch in die mitte bringen ich bin hier in der mitte sieht aber nicht mehr danach aus und ist ja auch gleich rum die runde boah ich habe beinahe einen tor gemacht aber nur beinahe yeah wir haben gewonnen 3 zu 0 flammenaufkleber cool ich hoffe es hat auch euch gefallen und dankeschön fürs Zuschauen dann wirst du es am nächsten fall let's play rocket league online natürlich ich bin sehr leute ciao